Eine Ära beginnt. Geboren in einer Zeit des Aufruhrs und der Veränderung, erblickte Albus Dumbledore im Jahr 1881 das Licht der Welt. Doch hier beginnt bereits das Geheimnis. Das genaue Datum seiner Geburt bleibt im Dunkeln. Ein Rätsel, das die Neugierde entfacht und zahlreiche Spekulationen nährt. 150 Jahre lang schritt er durch die Magie, bis er schließlich sein Leben verlor. Ein außergewöhnlich hohes Alter, das viele in Staunen versetzt. Doch ein noch größeres Mysterium umgibt seinen Geburtsmonat. Als er Hogwarts verließ, stand sein 18. Geburtstag kurz bevor. Aber er war immer noch 17, als er sich mit dem geheimnisvollen Gellert-Grindelwald traf. Somit muss er irgendwann zwischen Juli und August 1881 geboren worden sein. Ein Mann, der so berühmt ist, wie er es schließlich wurde, sollte alle Details seines Lebens für die gesamte Zaubererwelt zugänglich machen. Doch etwas so Einfaches wie sein genaues Geburtsdatum scheint bereits ein Geheimnis zu sein, das niemand außer ihm selbst beantworten kann. Ein Rätsel, das die Zaubererwelt in Aufruhr versetzt und die Neugierde entfacht. Eigentlich sollte ein Mann von solch unermesslichem Ruhm und Bedeutung alles über sein Leben offenbaren. Doch warum hält Dumbledore sein Geburtsdatum wie einen kostbaren Schatz geheim? Ist es ein bewusstes Verschweigen oder steckt mehr dahinter? Die Frage, die sich viele stellen, kann er sein Geheimnis jemals lüften? In einer Gesellschaft, in der die Geburtsdaten eine entscheidende Rolle spielen, ist es unvorstellbar, dass ausgerechnet einer der größten Zauberer der Geschichte, auch wenn dies nach dem Lesen dieses Buches umstritten sein wird, kein konkretes Geburtsdatum besitzt. Ein Mysterium, das viele ratlos zurücklässt. Und während einige Spekulationen anstellen, dass es aufgrund der großen Familie der Dumbledores für jedes einzelne Mitglied ein leichtes wäre, sein Geburtsdatum zu vergessen, wagt sich das Unheilvolle ins Spiel. Könnte es ein Komplott innerhalb der mächtigen Dumbledore-Familie geben? Ein finsteres Geheimnis, das die Welt erschüttern könnte? Es ist eine Verschwörung, sage ich Ihnen. Eine Verschwörung! Sie versuchen zu vertuschen, dass ihr Sohn nicht wirklich ihr Sohn war. Ich kann verkünden, Albus Dumbledore war ein Adoptivkind. Die Wahrheit ist grausamer, als jedes Märchen von Beedle sein könnte. Wenn Albus tatsächlich ein Adoptivkind war, stellt sich die brennende Frage, Wer ist dann sein wahrer Vater? Welche dunklen Machenschaften könnten hinter dieser mysteriösen Täuschung stecken? Geheimnisvolle Intrigen und undurchsichtige Verwicklungen. Ist es eine perfekte Täuschung, oder hat Albus Dumbledore sein wahres Erbe vor der Welt verborgen? Die Dumbledores, mit ihren verblüffend blauen Augen, schlanken Gestalten und schneeweißem Haar, sind wahrlich eine Erscheinung für sich, und Albus stellt keine Ausnahme dar. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben über diese Augen geschrieben, aber keiner hat es versäumt, ihre eigentümliche Fähigkeit zu erwähnen, scheinbar direkt in die Seele zu sehen. Das ist kaum ein Beweis für eine versteckte Abstammung. Im Gegenteil, es scheint genau der Beweis zu sein, den viele mögliche Zweifler gebraucht haben, um sie in leichtgläubige Jünger zu verwandeln. Zum Schluss des Kapitels enthülle ich Ihnen hier exklusiv den geheimen Brief, den Bathilda Backshot von Aberforth Dumbledore erhielt. Liebe Betty, irgendwie glaube ich, ich sollte dir von meinen Gefühlen erzählen. Mein Vater verfolgte die Muggelbastarde, die es getan haben, und griff sie an. Und dafür haben sie ihn in Azkaban eingesperrt. Er hat nie gesagt, warum er es getan hat, denn wenn das Ministerium gewusst hätte, was aus Ariana geworden ist, wäre sie für immer im St. Mongos eingesperrt worden. Aber Betty, kannst du dir vorstellen, in welcher Lage ich mich befinde? Ich habe nie daran gedacht, Albus zu fragen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, um darüber zu reden. Ich brauche dich. Dein App Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich.